Ja, und ich freue mich, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen dem Präsidenten der Handwerkskammer Koblenz, Herr Wittlich. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Morgen, Herr Oppitz. Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan, ist ja so der Slogan, den wir haben. Und ich weiß aus aktuellen Pressemeldungen, dass auch aktuelle Konjunkturdaten vorliegen. Wie gut geht es denn im Handwerk in der Region, Herr Wittlich? Ja, das Handwerk kann mit der Entwicklung relativ zufrieden sein. Nein, es ist alles wie allgemein in der wirtschaftlichen Situation wenig rückläufig, aber es ist ein stabiles Fundament da und wir schauen sehr optimistisch in die Zukunft. Kann man so sagen, welchen Bronchien es besonders gut oder besonders schlecht geht? Ja, es ist unterschiedlich. Wir haben die Situation, dass es in meinem Bereich Elektrotechnik ganz gut läuft, Heizung, Sanitär. Es hat teilweise auch mit dieser Energiewende zu tun im Maschinenbau und den Bereichen läuft es gut. Dann haben wir den Bau, trotz der langen Winterphase und trotz, dass die Leute draußen mit ihren Bauvorhaben über den Winter nicht so vorankamen, ist die Situation dort auch ganz gut. Die Auftragsbücher, das sieht man auch bei Vergaben im öffentlichen Bereich, sind eigentlich gut gefüllt. Von daher haben wir eine relativ gute Situation. Und auch in den Nahrungsmittelbereichen ist die Entwicklung durchaus positiv. Das hängt natürlich auch zusammen mit diesen Skandalen um Pferdefleisch oder Hygienevorschriften oder was da an Dingen passiert ist. Aber nicht nur deshalb, sondern die Leute sind doch, der Kunde ist bewusster und will eigentlich gesündere Nahrungsmittel haben und vertraut wieder mehr den heimischen Firmen, Metzger, Bäcker, obwohl die Situation durch diese Großmärkte natürlich auch dort angespannt ist. Man kann gar nicht früh genug anfangen und die Handwerkskammer Koblenz ist da immer sehr innovativ, muss man sagen. Sie haben viele Projekte, die bereits schon im Kindergartenalter beginnen. Können Sie einige nennen? Ja, wir haben jetzt um das Handwerk den Kindern. Also früher haben wir gesungen, das Lied von den lustigen Handwerken, wer will lustige Handwerker sehen, der muss zu den Kindern gehen. Wir bringen mit einem Kinderbuch, das auch in den Kindergärten hier in Koblenz, ich glaube in 65 Einheiten verteilt worden ist, den Kindern das nahe, dass man immer da ein Stück am Ball ist, dass die nicht einseitig nur auf Schule getrimmt werden, dass man nachher sagt, jeder muss Abitur machen, diese Beispiele gibt es natürlich, also ich will da nicht dagegen sprechen, sondern das muss ein gesunder Mix sein und manch einer wird mit einem praktischen Beruf glücklicher als mit einem theoretischen. Und da muss die Erkenntnis weiter auch vor allen Dingen in den Elternhäusern reifen, dass man auch als Handwerker ein gutes Ansehen hat. Ihre Projekte beschränken sich nicht nur auf nationale Projekte, sondern auch international und damit komme ich auf ein Thema, das ganz frisch ist. Es gibt eine Kooperation, so will ich es mal sagen, mit der spanischen Handwerkskammer oder der spanischen Regierung. Es wird in diesem Jahr erstmals so sein, dass es Auszubildende aus Spanien gibt, die hier im Kammerbezirk ihre Ausbildung beginnen oder fortgebildet werden. Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen? Ja, das ist ausgelöst worden durch einen Betriebsinnehaber hier in Koblenz, der gesagt hat, das wäre doch mal was. Und wir haben uns dann, er hatte schon Kontakt darüber und wir haben dann das aufgegriffen, auch mit der Agentur für Arbeit. Wie, das muss ja finanziert werden, wie kann man was unterstützen. Und dann hat sich das so ergeben, dass natürlich in Spanien die jungen Leute, die Interesse bekunden, zuerst mal der deutschen Sprache ein wenig mächtig sein müssen. Also wenn einer ohne Kenntnisse hier hinkommt und wenn man daran denkt, dass die technisch, bei mir hapert es immer dann in Englisch, wenn es in die technischen Ausdrücke geht, dann habe ich da meine Schwierigkeiten mit und so ist das in Spanien auch. Die Jugendlichen haben dort am Goethe-Institut in Valencia eine Deutschausbildung gemacht. Das ist nicht alles perfekt, aber sie können sich verständigen und waren im Frühjahr zu einem Betriebspraktikum, 18 Leute hier. Wir haben das ja auch medial verkündet und es war sehr großes Interesse und Vertreter der Botschaft war dabei. Und dann sind Lehrverträge unterzeichnet worden, ich glaube 18 und diese jungen Leute werden jetzt bei Beginn des neuen Lehrjahres hier hinkommen. Das ist natürlich auch für uns eine große Herausforderung, auch der Betreuung. Das kann man sich ja vorstellen, Jugendliche, die dann in ein anderes Land in Europa auf sich allein gestellt sind, die müssen betreut werden, auch in ihrer Freizeit. Da haben wir aber hervorragende Leute, die sich darum kümmern und dann wollen wir mal sehen, wie das funktioniert. Ich wage die Prognose, dass der ein oder andere dann hier bleibt und dem Arbeitsmarkt nach der Ausbildung zur Verfügung gestellt wird. Aber was ich auch gut finden würde, ist, wenn er als sogenannter Botschafter nachher wieder nach der Absolvierung im dualen System nach Spanien zurückgeht und dann verkündet, in Deutschland haben wir was gelernt, das können wir hier in Spanien auch umsetzen. Ist natürlich alles sehr schwierig, das fängt damit an. Die Frage wird uns oft gestellt, wer bezahlt das? Und wenn wir dann sagen, die Firma bezahlt die Ausbildung, also der junge Mann, der lernt, früher war es bei uns ja auch so, dann hat man den Spruch drauf gehabt, wenn einer nicht so gut vorankam, lass dir dein Lehrgeld wiedergeben. Also mussten die jungen Leute oder die Eltern dem Lehrherrn Lehrgeld bezahlen. Das ist Gott sei Dank vorbei. Heute kriegen die ganz schöne Aufwandsentschädigung oder ein Lehrlingsgehalt. Und wenn man die Spanier oder egal wo man ist in Europa fragt, wenn die fragen, ja, wer bezahlt das? Und man sagt, der Betrieb bezahlt das, dann gehen oft die Rollladen runter, das ist gar nicht zu finanzieren. Ja, da muss sich im System in den anderen Ländern, wenn man das überhaupt hinkriegt, schon noch einiges ändern. Vielleicht zum Schluss noch einen Ausblick zur Zukunft. Die Handwerkskammer hat auch immer wieder Jubiläen in diesem Jahr, oder jetzt im Juni, 30 Jahre Bauzentrum. Was gibt es da zu feiern? Ja, 30 Jahre in der August-Horst-Straße, dieses Bauzentrum. Ja, das ist dann ein Akt und da haben wir auch 15 Jahre Umweltzentrum. Wir haben ja einiges hier an Bildungszentren vor Ort und da wollen wir ein kleines Jubiläum feiern, dass das Haus dort 30 Jahre besteht. Wir werden ein Grußwort von dem Bundesumweltminister hören. Ich gehe mal davon aus, das Thema Energiewende wird eine Rolle spielen und das verbinden wir dann so mit einer kleinen Feier. Danach gibt es einen Unternehmertag in Ahrweiler, nur um den Kalender noch zu vervollständigen und dann am 21. September Tag des Handwerks. Tag des Handwerks, der resultiert ja bundesweit aus der Image-Kampagne des deutschen Handwerks. Ich sage mal, Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan ist in der Republik sehr gut angekommen und da machen alle Kammern bundesweit irgendwelche Veranstaltungen und wir machen die Veranstaltung gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Mittelrhein, die ihr großes Jubiläum feiert. Und das machen wir zusammen in dem Zentrum für Ernährung und Gesundheit, vielleicht auch die ein oder andere Veranstaltung noch dazu. Wir werden vom Berichten sowieso jede Woche hier bei uns, HWK-TV, bei TV-Mittrain, WWTV freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen, Herr Horwitz. Dankeschön. Danke für Sie.